Hallo, ich bin Jens Hentsch. Ich trete für die Piratenpartei im Stadtbezirk Dresden-Pieschen an, Wahlkreis 3, auf Platz 2 für den Stadtrat und auf Platz 1 für den Stadtbezirksbeirat. Und meine hauptsächlichen Anliegen, weswegen ich dort tätig werden möchte, sind... Ich möchte gerne Pieschen lebenswert und immer lebenswerter gestalten. Dazu gehört für mich die Hufe Wiesen zu einem Ort für alle, Einwohner von Pieschen und darüber hinaus zu entwickeln, das Sachsenbad wieder als Zentrum für Pieschen zu gestalten und letztendlich kommt es mir auch sehr stark auf Bürgerbeteiligung und Transparenz der Verwaltung an. Also nicht die Bürger sollen Gläsern sein, sondern die Verwaltung soll offenlegen, was getan wird. Am 9. Juni Piraten wählen! Am 10. Juni Piraten